X-X-X-Schlacht um Exo Nanu leise, in Maschinensprache kommunizierend, schleicht eine Spähtruppe Exa-Meal-Bots durch die karge Landschaft. Diese Quadriga befindet sich etwas außerhalb Machines City II in der Stäpe auf dem Trabanten Exo des Parkprime im Indie-System. Vorrangiges Ziel der Mission ist die Selbstständigkeit der Woboter zu verbessern um auf unvorhergesehendes Eigen verantwortlich zu reagieren. Technisch gesehen huscht also ein bewegliches neuronales Netzwerk durch die Gegend. Ihre Köpfe kreisen. Sie scannen das Umland. Jeden Springbeutler den sie entdecken, jeder Etto in der Luft ist ein Nutzdatum, bringt Gewinn in ihre Matrix. Freilich sind sie weit entfernt davon zu sagen wie langweilig es eigentlich hier außen zugeht, im Gegenteil genau das haben sich die Techniker für diese Mission gewünscht. Keiner weiß so richtig wie sie auf erheblich überraschendes Reagieren würden bzw. ob ihr Neuronenspeicher dann eine kognitive Handlung parat hätte. Aber was soll schon großartig passieren? Ein angreifender Etto? Ein Springbeutler der Hallo ruft? Derweil bricht für unsere jungen Helden der erste Morgen in der Stäpe an. Swinilnisch der Rubagent wie ein Weltmeister, biegt sich durch und springt quasi aus dem Schlaf in den Stand. Neugierig schleicht er rüber zum gekaperten Rocktadel und Buttons. Er kreischt. Aufgelöfelt, losgesperrt, heraus mit den Fehlers Klopfklopfklopf. Dabei umgarnt er das blanke Titanium wie ein Schmusetier. Flitzen sausen, aber schnell. Gibt er außerdem zum Besten. Hengai reibt sich die Augen. Irgendwie muss man ja gewegt werden. Gibt Schlimmeres. Aber so früh? Gerade eben erhebt sich erst der Ende vom Horizont. Svino, es gibt süße Stücke mit heißem Tee. In einer Minute meint er deshalb zu seinem Freund. Soho? Heem schnalls gut. Flitzen warten, aber dann. Und tatsächlich Pachara serviert die Speisen um festzustellen, dass die Draufgänger diese wohl im Sattel verdauen wollen. Hengai öffnet die Lucke und holt die strahlenden Stahlrenner raus. Swinilnischs Klappe steht offen. Er quiekt unübersetzbar auf Rutsch und schüttelt sich dabei vor Glück. Helme aufsetzen Meint der junge Prinz und gibt die Hightech-Bedeckungen aus. Um optimale Sicht und Spaß zu gewährleisten benötigen diese eleganten Rennhelme kein Wiesel. Sie verfügen stattdessen über einen chemischen Airbag inklusive Vernetzung zum Fehler. Ab einem gewissen Einschlag bzw. bei Sturz mit entsprechender Geschwindigkeit wird er ausgelöst. Die Flüssigkeit im Helm sprießt in einem gipsartigen Schaum aus. Kopfverletzungen werden somit fast ausgeschlossen. Man reißt sich nach dem Crash einfach den Helm mit Sandgips vom Kopf. Nehmt auch eure Colts mit. Pachara macht große Augen, Hengai fährt kleinlaut fort. Ich weiß wie unwahrscheinlich es ist, aber wir sind immerhin in Feindesland. Also bitte, tut mir den Gefallen. Swino ist als erster Start klar. In einer Art Rockerpose sitzt er da, bereit den Startknopf zu drücken. Hengai gibt das Signal, sie flitzen los. Meine Fresse, was für eine Power ist das denn? Den Gashebel darf man allerhöchstens streicheln. Dann dieses Design. Man bildet einfach eine Einheit mit seinem Renner. Swinu nisch der Ober ist zu übermütig. Er dreht ruckartig auf. Wawa sein Körper hebt ab, er klammert sich nur noch mit seinen Händen am Lenker fest. Unmöglich für einen Menschen so durchzuhalten, doch Swinu hat erheblich mehr Kraft in den Händen. Seine Knochen sind quasi eingefroren. Mit Mühe schafft er es den Gassahn zuzudrillen. Er schüttelt sich und beklopft seinen Helm. Hengai und Pachara schließen zu ihm auf. Sei vorsichtig Swinu. Meint die junge Diplomaten-Tochter. Das ist kein Spiel. Ja, selbst der draufgängerische Ober merkt, dass bei diesen Raketen Vorsicht angesagt ist. Er nickt ihr zu. Hengai gibt die Richtung vor. Da vorne, das sieht aus wie ein kleiner flacher See. Er nimmt sofort Kurs darauf. Kurz darauf flutschen alle drei übers glatte Wasser. Der Fehler erhöht Software-gesteuert die Drehzahl, unmöglich unterzugehen. Was für ein Rennen. Hengai's Navi zeigt in einiger Entfernung den Dasak-Pil-Kanyon an. Diese Sehenswürdigkeit will er natürlich sofort seinen Freunden zeigen. Was ein Fehler. Ein Kanyon hat eben die Eigenschaft hunderte von Meter abzufallen. Freilich ist er unter normalen Umständen völlig ungefährlich. Aber hier, im Kriegsgebiet? Vier metallische Köpfe rotieren. Was ist das? Es ist schnell, aber fehlt in ihrer Minori. Sie sehen den Fehlers hinterher und rechnen. Sie kalkulieren ihre Befehle durch, danach setzen sie sich in Bewegung. Möglichst im Schatten, hinter den Büschen in Deckung springen sie dem neuen Ziel hinterher. Freilich ist Hengai's Truppe schneller, doch schon längst haben die Bots die neuen Energiesignaturen angenauft. Die Verfolgung ist im Gange. Eine Tatsache die unseren Helden inklusive Bordcomputer der Fehlers unbekannt ist. Auch wenn die Software der Renner ausgeklügelt ist. Eine Verfolgung durch vier Kampfroboter der XR-Klasse fehlt. Gerade ist der Rand des Platos erreicht. Alle drei springen von ihren Motorrädern. Der Anblick ist überwältigend. Hinter ihnen die karge Steppe, vor ihnen dieser gewaltige, Millionen Jahre alte Kanyon mit einem kleinen Rinsal in der Mitte, einige hundert Meter tiefer. So klein dieser Bach auch ist er hat ihn gegraben, den Dersapir-Kanyon auf dem Exodes-Park-Prime im Indie-System. Auch die Quadriga der Kampfroboter ist nun vor Ort. Versteckt hinter einem Busch sondieren sie die Lage. Noch komplizierter ist sie geworden. Drei bewegliche Passagiere. Klein sind sie. Menschen? Angreifer mit Kampfmaschinen? Wir sind Neil, wir klären und schalten aus. Radert es in ihren künstlichen Hirnen. Die Vernetzung funktioniert. Zugriff. Vier glänzende Eisengesellen sind nun vom Stapel gelassen. Abgelenmte Sonnenstrahlen, Aufruhr in der Karbenstäbe und Staubwolken begleiten das Schwadron, kündigen sie an. Pachyara sieht die anstürmende Kampftruppe als erste. Sie schreit wie am Spieß, in Todesangst. Hengla greift seinen Kolt. R 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 T. Die ersten hundert Schuss sind Geschichte. Optimal ist auf Pilzen schön und gut. Bei Menschen sind die Waffen verehrend. Aber bei Bots? Zack das nächste Magazin. Der erste der Angreifer strauchelt. Nach 300 Schuss ist er endlich erledigt. Nun ändern die Examels die Strategie, sie ziehen ihre Waffen. Maschinengewehre die an ihrem Rücken befestigt sind Pacharapek-Abon verfeuert eine Hunderter nach der anderen Wie lange reicht der Vorrat noch? Da, sie wird am Kopf getroffen, der Airbag löst aus Keine drei Sekunden später reißt sie sich ihren nun unbrauchbaren Schutz vom Kopf steht verwundbar da in voller Pracht Svinenisch wie wild agierend, überall gleichzeitig, erkennt die Gefahr Er gibt eine Salve auf den Angreifer ab, mit wenig Wirkung Der Boot nimmt Maß und trifft seine Freundin am Oberarm Zum Glück nur ein Streifschuss Sie fängt an zu bluten Der junge Ober ist nun dermaßen außer Rand und Band dass er zumindest eines erreicht Die zwei Bots konzentrieren sich auf ihn Svinenisch feuert wie wild hunderte, tausende Schuss auf die Angreifer und es gelingt ihm tatsächlich einen weiteren Aggressor auszuschalten Einer weniger, zwei noch aktive, ein hoher Preis Sie haben ihn vor sich hergetrieben Er steht jetzt fast am Abgrund Der zweite Examin nimmt Maß, Treffer, ein schrecklicher Aufschrei, dann fällt er In die Tiefe Irgendwann später dann der dumpfe Aufprall unten Seltsam, genau im Moment von Svinens Tod steht auch die Schlacht für eine Sekunde still Pachara sieht mit leeren Augen zur Absturzstelle Henglai bekämpft den vierten Boot Die Welt bricht zusammen, das Unmögliche ist passiert Keine Patronen mehr, zwei Bots noch am Leben Das absolute Ende? Jetzt schon? Es kommt anders In Menschensprache, auf Deutsch, wie auch immer man will ratet Henglais gegnerlos Nein, es ist Unsinn, total falsch Und er nimmt Maß Er mitzelt Svinens Mörder von hinten nieder Dann sagt er zusammen Die Schlacht ist vorbei, die absolute Leere kehrt zurück, das Unaussprechliche ist passiert Henglais Blick sucht Svinenisch, er findet Pachara Nun weiß er es auch Pachara Pekabon steht da, blutend, den Kolt in der Hand Sie weint So wie es nur die Asiaten können Es läuft einfach aus ihren Augen, wie Wasser Keine Regung im Gesicht, außer ab und zu einem Blinzeln Hengai rennt auf sie zu, hüpft über den zerstörten Roboter vor ihr und nimmt sie in den Arm Auch er weint nun bitterlich Sekunden oder Minuten? Keiner weiß es genau, irgendwann jedoch sehen sie sich um Ihre Blicke schweifen über das Schlachtfeld Alle ausgeschaltet, bis auf ihren Retter Dahinten kauert er Jeder der beiden hatte nahezu alle Munition bereits aufgebraucht Hätte dieser Stahlhaufen da hinten in der Sonne, weitergemacht, wären Hengai und Pachara nun ebenfalls tot Sie wischen sich die Tränen aus den Gesichtern und machen sich auf zu ihrem Retter Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!